Hallo Leute und Willkommen zu WoBeiRealm und es ist so viel passiert, dass ich langsam sterbe. Erstens, ich habe einen Archer. Ich bin so stolz auf ihn, weil er schon für mich heute zwei Sachen getroppt hat. Die werde ich euch gleich zeigen. Zweitens, mein Wizard hat 2000 Fame erreicht, also habe ich jetzt 5 Sterne bei Wizard. Jeder freut sich, danke. Danke, danke. Danke. Ich klatsche mir gerade selber. Beste. Auf und, überhaupt. Ich bin sehr glücklich und jetzt zeige ich euch das erste. Okay, 1, 2, 3, go. Tada! Ich habe es dupliziert, ich bin ein Duper. Ne, ich habe eins getroppt mit meinem Zeebo. Jetzt habe ich zwei Stück. Geil. Und das andere ist da. Okay, 1, 2, 3 und... Ach ja, genau, ich werde euch den Screenshot davon einblenden, von dem Ding. Und zwar, warte ich, ich stelle mich hier kurz hin. Jetzt. So. Ich glaube, der ist da jetzt gewesen. Hoffentlich. Außer ich bin scheiße, das habe ich mir da nicht hingekriegt, aber ich glaube schon. Und dann noch... Bam! The Cutlass. Habe ich gerade vor... Ich glaube sogar eine Stunde oder nicht mal. 30 Minuten? Ne, eine Stunde. Ungefähr eine Stunde habe ich es gekriegt. Nice. Ich habe zum ersten Mal vergessen, das Team auszustellen. Ja, ich bin gut. Ähm, so. Auf jeden Fall habe ich noch einen Cutlass gekriegt. Das seht ihr jetzt. Okay. Und ja. Auf jeden Fall... Bin ich sehr, sehr glücklich. Ich bin überaus fröhlich. Ich bin... Also das Einzige, was mir jetzt... Ich glaube meine Fröhlichkeit nehmen könnte, wäre, dass ich sterbe. Und das würde mich jetzt extrem pissen, Alter. Ähm, ich gehe mal... Ich gehe immer gerade gegen Reims und sowas. Mach das immer von vornherein. Ich mache so viel. Ich kriege so viel. Alles richtig geil. Mach richtig Spaß wieder. Also... Ganz im Ernst, aber der Archer, der gibt mir wieder richtig schön... meinen... meinen richtigen Kick auf das Spiel wieder richtig schon. Bats, Junge. Ich bin richtig pumpt wieder. Ich glaube daran, dass ich was kriege. Und nicht... Verdammt nochmal... Depri... Depri... Depression. Auf Doom and Darkness. Und so weiter. Und... Äh... Auch... Das... Äh... Warte mal, wie mache ich das? Wie sage ich das? Keine Ahnung. Mein Reim Gold hat mir geholfen, ja. Nein, eigentlich nicht. Ich habe mir kein Gold geholt, aber... Anderes Gold hat mir geholfen. Und... Und... Äh... Äh... Auf jeden Fall... Bin ich sehr glücklich darüber, was... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja... Keine Ahnung. Kann nichts glücklich dazu sagen. Also ich... Lucky... Lucky... Lucky andere... Lucky... Ne... Was ist... Hm... Red... 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 Reingegangen. Ich gehe mal kurz gucken. Ich... Da war gerade jetzt nix. Irgendwie... Ne. Vorhin habe ich das die ganze Zeit gemacht. Gehe ich? Ne, brauche ich gerade nicht. Äh... Den Metamill mache ich. Ja, ich mache die ganze Zeit gerade Quests und sowas. Das macht mir richtig Spaß. Und dann halt Hermit oder sowas. Ich glaube, Notifier sind weniger geworden. Ganz im Ernst? Es sind weniger geworden. Glaube ich. Weil... Wenn ich jetzt Hermit oder sowas finde, kommen viel weniger. Das ist mir aufgefallen, wenn ich gespielt habe. Weil... Wo ich... Mit meinen... Wo ich den Warrior hatte. Wo ich mir... Wo ich den Part hochgeladen habe. Wo ich das Eye of the Dragon alleine gemacht habe. Und darüber geredet habe, wie... Nosifier mir richtig am Piss ging. Ey, da waren wirklich so viele Leute auf einmal. Und jetzt kommen hier vielleicht fünf oder so. Nicht mal. Drei. Richtig wenig einfach. Das ist aber super halt. Also ich finde es richtig geil. Ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Also ich glaube es. Nur vielleicht... Vielleicht ist es halt, weil die irgendwie gerade was am Machen sind oder sowas. Und dann halt... Die können ja nicht in zwei Stern gleichzeitig sein. Aber wenn es nicht so ist. Und das wirklich darin einfach, dass es weniger gibt. Das wäre so super. Dann kann ich mich wieder... Dann kann man wieder in Ruhe irgendwie... Also man, es kommen halt... Es gibt immer noch Leute, die haben Notifier. Das merkt man einfach, wenn auf einmal Leute so da stehen. Aber... Es ist auf jeden Fall weniger geworden. Das merkt man einfach. Also ich habe es auf jeden Fall bemerkt. Ich weiß gar nicht, wie es das... Ich weiß gar nicht, was ich für ein Fabnay benutzen soll. So 5000... So 1000 Happy Faces oder so. Na, auf jeden Fall. Es macht so Spaß, wie mit einem Archer zu spielen. Das ist wirklich meine Lieblingsklasse mit dem Wizard. Wirklich Wizard und Archer habe ich. Dann auch meinen Assassin halt. Und den PP Warrior. Wo es auch bald ja kommt. Auf jeden Fall, ja. Das ist so heftig, ey. Ja, ja. Wirdisch geil, wirdisch geil, ja. So, ich versuche auch gerne zu Whitebacks ein... Videos zu droppen. Aber das kann ich halt nicht beeinflussen. Ich kriege die halt so... Einfach so. Was habe ich... Gestern habe ich noch einen Demon Blade gedroppt. Ja, genau. Vielleicht mache ich da auch noch einen Screenshot hin, aber... Ja. Habe ich da? Doch, da müsste... Ja, doch, habe ich einen. Auf jeden Fall ist es einfach heftig. Also ich habe jetzt... Ich glaube in den letzten Tagen... Sechs Whitebacks oder so. Oder fünf oder so gekriegt. Und das waren halt... Eigentlich ganz geile. Okay, das war ein geiler. Cutlass ist ja irgendwie voll selten geworden. Also kommt mir so vor, weil früher... Die haben das voll viele mal gekriegt. Und jetzt kriegt das kein Mensch mehr. Ich wollte es halt auch die ganze Zeit haben. Einfach so halt... Weil ich es haben wollte. Weil ich es ganz cool finde. Und dann so, weißt du... Ist man so ein Ding... In diesem... Epic Pirate Cave. Ich schieße mit meinen Demon Blade drauf. Denke ich mir so... Ich mache eigentlich schon ganz schön viel Schaden. Auf einmal so... Boop. Liegt die da. Denke ich mir so... Okay. War irgendwie so... Zeit, dass er sich voll geschockt hat. Weil ich mir gesagt habe... Das ist jetzt irgendwie komisch. Aber ich sage es wirklich. Jetzt läuft wieder bei mir. Es ist wieder... Gut geworden. Meine Rate vom Drop ist einfach voll erhöht. Muss ich so sagen. Es ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich kriege wieder was halt. Mann, ihr dummen Medusas. Ich werde du da stehen. Ha. Ausgetrickst. Mann, der T-Cop Squad. Alter, der hat schon wieder... Der hat schon wieder die Frau, ne? So geht's nicht. Auf jeden Fall. Der Archer ist einfach so geil. Ich wirklich... Ich kann das immer und immer wieder sagen. Wer noch keine Archer hat, dass er sich einen machen, bitte. Danke. Sogar wirklich mal zu... Es geht nur mit dem T... 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 T12er Bau. Okay, es geht mir an Piss, wo ich mit dem gespielt habe. Aber trotzdem so... Es macht einfach Spaß. Du kannst dich paralysen. Und wenn ich gerade nicht beschaffe, aber egal. Ähm, du kannst dich paralysen. Du gehst halt ran. Du killst die Viecher so schnell, wenn du halt einen T-Cop oder T-Cop hast. Und du killst die so schnell. Machst richtig gut Damage. Hammer einfach. Mein Wizard, der ist jetzt... Der ist ein bisschen Rente gegangen, sozusagen. Kannst du mal sagen. Oh, geil, Lord. Das ist natürlich schön. Für die Aufnahme. Ich bin ja gerade schon hingerannt, Spiel. Das ist sehr super... Gut für die Aufnahme. Danke, Spiel. Auf jeden Fall... Kommen wir jetzt in den Ogdenwater und ich... Fick. Naja, eigentlich nicht. Äh, ich... Keine Ahnung. Sing Maya hier oder so. Na, hä? Hihi. Boom. Keiner kommt. Finde ich gut. Habe ich Blut für mich. Alter, das war schon mal richtig gut von mir angestangen. Noch mal Ice Cave war am Ende noch und dann... Das ist eine gute Folge gewesen. Und dann noch den Skull droppen. Skull auch nur so... Mit der einen Aufnahme jetzt und so. Das wäre doch was. Oder mein Tod. Das wäre auch was. Wieso gehen die Viecher eigentlich nur auf mich? Es gibt zwar aber nur andere Menschen. Das Spiel will mich bestimmt davon abhalten, jetzt einen Ogdenwater zu kriegen. Boah. Okay, leider keine Ice Cave und auch leider keine Ogdenwater. Boah. Kommen Farmeck, Alter. Boah. Also... Was? Krassester Loot 2015. Bitte betet mich alle an, weil ich so gut bin. Bitte, bitte spenden für mich, weil... Krassester Loot 2015. Ja. Und ich kriege den besten Loot und wir spenden. Deswegen... Das ist die Logik. Das mache ich schon die ganze Zeit mit... Ja. Ich mache das schon die ganze Zeit. Das macht aber eigentlich total Spaß. Einfach ein paar Quests zu machen. Dann dessen vielleicht mal ein paar Dungeons oder so. Und einfach... Einfach ganz Chili-Vanile. Wow. Ja, mein Handy. Noch fünf Minutes, das ist gut. Ah ja, noch ein bisschen Zeit. Vielleicht spawnen die ja noch mehr damit. Oder so. Geht auch klar. Hauptsache irgendwie ist das noch. Das ist schon der Rock Dragon, oder? Ja. Ja. Das ist nicht so eine scheiß Drache. Oh, ja. Den mache ich eigentlich auch gerne, aber irgendwie ist Loot total gestorben. Ganz im Ernst, ich finde das nicht mehr. Gibt es nicht mehr in den Dungeons oder so. Oh Gott. Sind hier noch... Sind hier noch Godlands, oder? Gibt es hier keine Godlands mehr? Ne, aber Urge. Und Urge ist genau... Noch schlimmer als Godlands. Urge trifft dich mit Armor Rogue, und dann bist du geurgelt. Und zwar hart Urge. Du bist dann ge... Du wirst getötet, und bist durch Urge getötet worden. Du bist dann getörgelt. Getörgelt. Ne. Getörgelt. Ich überleg mir da irgendwas. Oh ja, was ein Schweilala. Bester Bogenschütze FTW. So gut wäre ich bestimmt auch im Relay. Ich hätte dann auch einen Doombow im Relay. Zwei Dinger, Alter. Was ein Sniper-Shot von mir, Alter. Blueback, geil. RTT, sehr schön. Und wieder kein Loos, ich sag's ja. UT. Habe ich nur UT, RTT. Hä? Okay. Typ ist verwirrt oder so. Auf jeden Fall, dass Ray-Katan kann er haben, wenn er will. Ich hab's nur dreimal. Fuck, was ist das hier von Cyclops, Alter? Richtiger Strandi-Cyclops. Und auf jeden Fall auch die Folgen jetzt mit dem Archer, also ich, ich mach ja richtig gut für so ein Damage. Jetzt komm, Hermit will ich noch. Komm schon noch. Gib mir einen Hermit. Gib mir einen Hermit oder eine Sphinx. Bei Sphinx auch richtig krass. Jedes Sphinx, Blueback. Oder fast jeder bisher. Ich, 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 ich schwör's bei Gott. Ich wär, ich werd einen Jug kriegen. Mit dem hier. Und wenn nicht, dann klatsch ich mir so ein. Ich nimm's auf. Beste Aufnahme in der Welt. Ich klatsch mir voll einigens gesehen. Noch zwei Minuten. Ja, okay, dann mach ich noch ein paar Ghost Kings, so. Aber auf jeden Fall, ja. Wollt mich, wow. Ich hoffe, die Folge wird euch gefallen, dadurch, dass ihr das alles liet und so weiter. Und ich, ich hoffe, ihr drückt mir den Daumen darauf, dass ihr irgendwann mal wieder ein Event, wo ihr kriegt. Weil die ist noch nicht vorhanden, aber die wird kommen. Ich schwör's, dass die bald noch kommt. Also, ich glaub nicht mehr lang. Und dann kann man hier vielleicht mal so ein, so ein Aumur oder so ein Jug wäre bestimmt mal heftig. Also, eins von den beiden Sachen wäre schon so geil, dass ich mich richtig freuen würde. Oh, ein Kübi. Schau mal aus. Leck mich. Anstatt mir das Spiel das anzeigt, da ich daneben stehe. Nein, nein. Oh, der Weg geht ganz gut für den Q-Code. Oh, ein wenig, genau. Jetzt bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich noch das letzte Vieh sein, das ich killen werde, bevor hier aus ist. Blueback, yeah. Death. Whiteback wäre jetzt heftig gewesen, naja, ganz im Ernst. Die Aufnahme war wahrscheinlich mal 5 Minuten lang. Dadurch, dass ich hier meinen totalsten Durchdreher hätte, den ich hätte. Aber es wäre heftig gewesen. Ich hätte mich erst mal voll gefreut. Warte mal, jetzt ist gleich N oder? Ja, 40 Sekunden. Komm, ich mach das Vieh hier noch. Vielleicht spawnt er noch in der Hand mit, dann mach ich den auch noch. Oder halt jetzt vielleicht Sphinx oder so. Oder wenn er halt einfach ein Event spawnt. Sonst geh ich jetzt dann in den Nexus. Komm schon. Stirb. Und. Nix. Ja komm 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 komm. Den einen mach ich noch. Den einen mach ich noch. Einer wird noch. Einer wird noch mehr. Achja. Ich bin glücklich. Oh. Hei. 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 Tschüss. Hei. Es war noch was. Nein. Wir haben noch Porten. Es wäre. Ghost Game. Immer noch. Ach komm. Okay. Schatz. Also auf jeden Fall. Würde mich freuen wenn ihr liked und so weiter und so fort. Wäre sehr schön. Und. Äh. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ich bin so. Ich bin so happy. Hei. Hei. Ja okay. Bis dann.